Servus Leute und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge wieder mal auf der Dürrenrund zusammen mit Ben, Justin und Jonas. Wir haben uns jetzt noch mal was hier für die vorletzte Folge überlegt und zwar hatten wir ja noch unten an dem Steinbruch die ganzen Hackschnitzel. Fahrt ruhig schon mal vor einer. Und die verkaufen wir jetzt noch in der Folge. Schauen wir mal wie viel dabei rum springt. Mensch, da kracht es ja schon wieder. Scheiße. Hast du schon mal was gehört von? Moos hat immer Vorrang vor Klein. Ja, weiß nicht was ich da jetzt dafür kann, wenn du gegen eine Wand fährst. Nein, ich wollte nicht vorbeidringen. Ja, weiß nicht was ich. Wir sind jetzt wieder mal eimt lang. Wir sind dann in der Ruhe. 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 Und wir sind dann in der Ruhe. Ja, weiß nicht was ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020